moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem valorant video möchte ich euch zeigen wie ihr auf der karte heaven mit killjoy euren geschütz unter die map baggen könnt und zwar wird dieses geschütz auch auf eure gegner schießen leute damit ihr bescheid wisst und alles was ihr tun müsst ihr müsst hier in double doors im fenster reingehen dann holt ihr euren geschütz raus und stellt euch hier in die ecke schaut ganz nach unten und geht bisschen nach vorne und zurück bis euer geschütz verschwindet so wenn euer geschütz verschwunden ist könnt ihr es nun platzieren und es ist unter der map